Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie letzte Woche schon angekündigt, gleicher Spot, wie letzte Woche im Video. Für uns geht es heute an Floatrail Stromberg und zwar mit Nico und Niklas. Ich habe nochmal einen Versuch gewagt nach unserer kleinen Regenpleite, das letzte Mal, wo es ja den ganzen Tag geregnet hat. Jetzt war es endlich mal trocken, es hat zwar in der Nacht davor geregnet, aber das Wasser ist relativ schnell versickert und es war relativ trocken. Beim Wallride habe ich beim ersten Mal zwar noch gezögert, aber das zweite Mal ging es dann gut zu fahren. Mittags war es schön abgetrocknet, da hat es mich ja das letzte Mal geschmissen. Aber ja, genau, für euch gibt es jetzt ein paar Clips aus Stromberg. Ich habe auch den Nico und dem Niklas mal die GoPro umgeschnallt. Das heißt, ihr seht auch mal mich vorne fahren und den Nico fahren. Ich dachte, es ist auch ganz interessant. Wir sind die meiste Zeit eigentlich nur den Wild Hockey fahren. Kurz haben wir auch eine Runde auf dem No Jokes gemacht, aber ich finde der Wild Hockey, der macht so Spaß. Der ist so schön flowig, da kann man auch ganz gediegen ein paar Laps auf dem Wild Hockey fahren. Der macht mir richtig Spaß, vor allem die neuen Sprünge. Und für euch gibt es jetzt ein paar GoPro Clips. Ich hoffe, euch gefällt das Video und wünsche euch wie immer viel Spaß. Und ich würde sagen, let's go! Das Video Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020